Willkommen zu einer Runde Nichts. Ich möchte euch nur zeigen, dass ich auf der Capone noch für 25 Stunden gebannt bin. Das heißt, ich werde ja nur noch mit dem Account online sein, auch in Clown Wars und so, weil mir sind die Punkte und die Stats sowieso so scheißegal. Und ich möchte ja, dass mich die Leute auf dem Account kennen und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch, was eher nicht so gut ist. Ich habe zum Glück noch viele Videos vorproduziert, deswegen, ja egal, sehr gleich, bis zum gleich, gutes Deutsch, ich weiß, bis gleich. So, Willkommen zurück, ich habe mich jetzt gerade in CaponePVP eingeloggt und also den Account, was ich mir gekauft habe, wo ich gebannt wurde. Und da ich sowieso so einen Account wollte, also ja, egal. Und ich habe gerade in Clown Wars und alles mögliche gespielt und war, ich glaube halt, ich muss auch genau, also ich mache gerade in Banerbill. Ja, kann man ja sehen, ich bin für, das ist mein erster Bann hier und bin für 720 Stunden gebannt. Ja, also, finde ich schon ein bisschen armselig von Hyfe, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, eigentlich, aber egal. Also, das Einzige, was ich anscheinend gemacht hätte, wäre, dass ich Brian Phillips meiner Lobby und dann sind ganz viele gelieft, weil er sich genickt hat. Und, glaube ich halt mal, und dann schreibe ich eher halt, ja, warum alle liefen. Dann schreibe ich halt so Spaß, also Spaß, because you're great. Und dann hat er halt mal geschrieben, enjoy your band. Keine Ahnung, ob es wegen denen ist, werde ich dann bald herausfinden und werde euch natürlich informieren. Aber die nächsten Videos, was ich, was kommen, sind die meisten, so eins, also gestern, vorgestern, vorvergestern vorproduziert. Also, nicht wundern, wenn da noch Videos kommen. Ich werde mit Kepompifobie jetzt für einen Monat lang nicht mehr reinkommen, außer, ich bekomme, außer der Banerbill wird akzeptiert, was ich aber nicht glaube. Und, ja, ich habe auch als Spaß, so ein Chat manchmal, nigger oder so ein Spaß zu Kollegen, wie zum Beispiel, ähm, zu der Kill Attack 5 oder so. Also, keine Ahnung, einfach nur Spaß halber, vielleicht kann auch sein, dass ich deswegen gebannt wurde. Egal, auf jeden Fall werden jetzt noch, keine Ahnung, vielleicht 5 Videos oder so normal kommen und dann werden wieder häufig mit meinen richtigen Accounts, äh, Accounts kommen, ja, so, äh, Videos kommen. Und, ja, wer ist, vielleicht noch, ja, okay, wer, das könnt ihr nicht wissen, ich bin seit gestern in Hunters, also, ich war ja früher in Hunters und der ist ja, kann man sagen, zerbrochen oder so und jetzt gibt's ein Hunters Reborn, kann man sagen. Also, Hunters gibt's wieder und, ja, ich bin jetzt da auch drin und bin Elite, also ich habe mal, das sind beide Elite-Rang und, jo, also das war's, ich wollte euch nur zeigen, dass ich gebannt bin auf dem Account, vielleicht werde ich, ja, jetzt habe ich, das habe ich auch die ganze Zeit, Ich wurde heute auch schon dreimal rausgeschmissen von Hive, also von, überhaupt von Minecraft, obwohl ich das sonst nie habe, aber egal, ähm, ich möchte nicht lang um das, um den heißen Brei, äh, labern und man sieht ja einfach das nächste Mal, Peace out, Leute.